Irgendwo hier, oder? Nein! Dreck! Äh, nö, ganz ehrlich, nö! Nööööööööööö Ah, ist doch schön. Ah, schönes Stretch, Übung, ja. Ich hab ja Zeit. Es ist ja nicht so, als würde jetzt irgendwas passieren. Ich kann ja nicht mal mehr laden. Ich müsste ja erstmal drankommen. Ich bin drangekommen. Leck mich. Okay, wir fahren etwas vorsichtiger. Ich glaub, jetzt müssten wir Richtung Norden. Ich hoffe es. Das ist nicht... Obwohl, nein. Hilfe! Ja, ähm... Nö! Nö! Schwimm weg! Bitte! Danke! Danke! Ich umsegel wahrscheinlich, weil ich den falschen Kurs gesetzt hab, die ganze Welt jetzt grad, aber hey! Hast du reich Glück! Ja, jetzt nicht mehr! Ui! O-hoo Oh, Mann, Mann, Mann Mann, 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 Mann Wuh, man, Mann, Mann Wuh! Wuh, Wuh! Wuh, Wuh! Ahah! Ja, zwei, zwei Wuh! Ja, ähm... Kleiner Zipfel von irgendwas... Nein! Äh! Nein! Nein, ich geh wieder! Ne, stopp! Das dürfte zwar nicht... ... sein, aber... Es ist irgendwas! Irgendwas Falsches, aber... Es war irgendwas! Äh... Hi! Nööööö! Das dauert mir, ehrlich gesagt, einfach nur zu lange momentan mit dem guten Abend Hiolo. Es war nicht mal so sehr, dass ich die Angst hätte, in so einem Kampf zu sterben. Die ist zwar nicht ganz, wäre nicht ganz unbegründet, ist nicht ganz unbegründet, wie auch immer, aber gefährlicher finde ich es dann doch tatsächlich. Oder was heißt gefährlicher? Ich finde es einfach ätzend, wenn ein Kampf so ewig lange dauert. Du Insel kommst mir vor... Dich umsegeln wir jetzt mal. Wir versuchen es zumindest. Das kann sich ein bisschen verzögern. Ja, doch. Ah, nun komm. Wenn, mach nicht so einen Scheiß. Ich glaube, ich finde den Dungeon eher wieder, als dass ich Britannien wiederfinde jetzt gerade im Moment. Äh. Hilfe? Hilfe? Hi! Ich glaube, ich habe da gerade irgendwie irgendwas gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass ich es halt gefunden haben wollen. Welches Schiff bin ich jetzt noch gleich? Okay. Ich muss mir erst mal meins zerschießen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gefunden habe. Ich weiß, dass es mir irgendwie nicht gefällt, aber irgendwie dann auch doch. Na, du sterb. Es ist schön. Man stelle sich das gerade Bild nicht vor. Ich stehe vor dem. Und mittlerweile treffe ich ja. Aber, ach nee. Okay, unser Schiff ist nicht mehr so ganz voll. Das ist voll. Haha! Nö, warum, warum sind da wieder alle, ich sehe auch keine Insel, die so ähnlich aussieht, auf meiner tollen Karte. Das ist schade, sonst wüsste ich, wo ich jetzt bin. Moment, was willst denn du? Also, doch da könnte ich sein. Halte ich für unwahrscheinlich, dass es das ist, aber ich könnte hier sein. Ja doch, das käme sogar hin. Haha, dann müsste ich jetzt ein wenig in den Süden. Haha, weg mit dir! Und vor allem gehen in den Westen ganz weit. Also theoretisch müsste da jetzt gleich so eine nach Süden auslaufende Landzone, müsste ich da gleich theoretisch mal gegenfahren. Wenn die Karte mal akkurat gezeichnet ist. Wahrscheinlich ist sie es nicht. Geh weg! Danke. Hm, 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 hm. Aha! Du solltest aber hier nichts sein! Trinsic, ja. Nein. Ach, Trinsic nicht im Süden von Britannien? Müsste ich jetzt nicht den... Achso, ja, das Honorable Inn. Einen Heiler hattet ihr nicht, oder? Doing-Weapons, zeig mal, was du hast. Okay, nichts Interessantes. Hallo, Mieze-Katze? Na, guck mal her. Hallo, Mieze-Katze. Magst du nicht gastkommendieren? Nein, mag sie nicht. Schade. Ja. Da hast du deine Kallen drin, dann kann ich dich auch viel sauberer absetzen, Katze. Ähm, ja, egal. Nein. Magic Chain. Haben will. Was kostet. Toll. Mehr als ich hab. Das ist keine Auskunft, Leute. Ich möchte wissen, was die Dinger kosten. Ach, der Bulle. Ich erinnere mich. Hm. Nein, sowieso. Kein Highline-Fünsic. Kein Highline-Fünsic? Das ist aber doof. Kaken, geh weg! Geh einfach! Entschuldigung, ich war doch... Oh, ja, ja, ja. Leck mich. Noch hab ich Lebenspunkte und da ist was Omnubel in. Da kann ich rein. Haha. Treff doch einfach mal, bitte. Wäre schön, wenn du nochmal treffen würdest. Okay, ich gehe. Ich gehe dann mal ins Omnubel Inn. Doch. Gehe ich jetzt, Katze? Da hast du gar keinen Einfluss drauf. So. Ja. Wie, Mau. Ich glaube, wir sollten noch eine Nacht dort bleiben. Ja. 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 Ja, 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 ja. Upsi. Ja, bitte, Miezi. Der ist ja immer noch da, der Dreck. Da, 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 da. Oh, jetzt darf der weg sein. Hehehe. Ja, ähm. Kann ich jetzt... Nee, also kann das das auch nicht sein. Hä? 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 Ja, das kommt ja auch hin. Ist die Endinsel? Ja, also nicht Ende von End, sondern, ähm, ja. Das heißt, wir müssen eigentlich nach Nordwesten ein wenig. Na, von hier aus, ja. Hier müssen ein paar Inselchen rumliegen. Ja, da liegen ein paar Inselchen. Und ziemlich genau im Norden dieser Insel müssten, müssten nicht eigentlich Britannien liegen. Aber das hier ist schon wieder, doch, das ist noch eine Insel, okay, das ist auch noch eine Insel. Insel, Insel. Müssten wir jetzt quasi auf das Moongate nebst Britannien zu fahren, in etwa. Ja, da ist die Brücke, das Moongate, das kommt hin. Ah, da ist die Brücke, das ist noch eine Insel. Upsi Stirb doch Stirb bitte Bitte stirb Tu mir den Gefallen Du weißt wie das geht Ja genau so Nein Nein Viel Geld ausgeben Das ich für magische Sachen brauche Für die ich sogar noch nicht mal genug Geld habe Jawohl Ja ich brauche ganz dringend Hilfe Resurrektion Ja 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 Wir leben schon mal wieder alle Nein danke Oh, Mann. Und... Nein. Hilfe, danke. Oh, das ist gut. Wir haben 3300. Ah, herrlich. Dann kann das ja bei den anderen noch ein bisschen dauern, aber wo ist die Ohnung? Oh, das kann dauern bei allem. Dreck. Wie sieht's denn sonst mit unseren Stats aus? Na, wir sind auf jeden Fall schon mal sehr viel stärker als unser Paladin. Ja, doch. Die Werte sehen gar nicht so schlimm aus, glaub ich. Oh, 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 oh. Dann täte ich sagen, ich hol mir viel Geld zurück, kauf neue Lebensmittel und, und, und. Ja. Wie so oft ist mal wieder Heilung vonnöten. Yay. Ja. Und ich mach da mal weiter. Irgendwie glaube ich, es geht uns gar nicht mehr ganz so gut. Aber das sollte sich da jetzt ändern. Yay. Zwar nicht weltbewegend viel, aber immerhin ein wenig Level abbiegen. Der Besuch hat sich doch schon gelohnt. Ja, äh. Und weiter geht's nun. So, sehr, 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 sehr viel später. Ja. Gibt's ein paar Erfahrungspunkte, also ein paar Level irgendwo. So, damit ist unser... Nein, einer muss noch geil werden. Damit ist unser Hauptcharakter schon mal auf dem maximalen Level. Ja, ganz recht. Auch wenn wir noch nicht die maximal möglichen XP haben, haben wir den maximalen Level erreicht. Was auch gar nicht mal, ja, doch, so wertetechnisch so falsch ist. Denn 50 soll jeweils das Maximum sein. Ich bedenke 49, 50, 48. Das ist okay. Ja, bei Depree, da geht noch einiges. Oh, Shamino sieht auch schon wieder ganz feini-fein aus. Oh, Mariah wird auch langsam halbwegs ordentlich, ja. Ja, YOLO sieht immer noch genauso aus, weil er hat ja nix Level mehr. Das heißt, demzufolge, wir haben jetzt auch relativ viel Geld, wie man sieht. Ich hab auch ein bisschen Zeug eingekauft. Ähm, ja, das sind ein paar Zaubersprüche. Das sind ein paar Zutaten. Ja, und die Zaubersprüche... Aha, wackeln und, 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 ähm, Zeug zum Draufgucken halt. Ähm, Edelsteine. Genau. Äh, ja, also... Wir sind rundherum etwas besser ausgerüstet. Und ich hab dann mal ins Spellbook geguckt, was so ein Bestandteil der Bedienungsanleitung dieses Spiels im Endeffekt ist. Und dort stehen ja auch wunderbar... ...vollkommen versteckt... ... die, äh, Formeln für die meisten Zauber drin. Weshalb... ... Mariah dann auch schon wieder sehr viel... ... effektiver ist. Ja. Das ist schön. Jetzt möchte ich, ja, ich möchte kämpfen. Hm, ich möchte sehen, was... ... wir jetzt alles... ... wie, nicht gewonnen hittet? Das ging schon vor dem Level ab teilweise, also bitte! Was? Der steht sogar noch nach zwei. Oh, oh. Hauptcharakterchen, ich mach mir Sorgen für dich. Ich mach mir wirklich Sorgen. Zack. So macht man das. Ja, lassen wir den Rest doch, bis auf den einen, der jetzt noch näher kommt, mal flüchten. Haha. Ja, genau so wollte ich das doch noch haben. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Zack, und noch ein wenig mehr Gold. Hihihi. Gold, 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 Gold. Nein, wir sind nicht goldgierig. Wir, äh, brauchen's nur. Ich weiß zumindest, was Silber rüst... ... äh, Quatsch, Silber. Hm. Magische Rüstung kostet, denn die hab ich mittlerweile auch mal mir mal angeschaut. Die kosten 4.000 Goldstücke. Also wenn ich, ähm, ja, wenn ich dann... ... wenn ich das... ... äh, da brauchen wir noch viel mehr Geld. Sehr viel mehr. Wenn ich dann noch bedenke, Schwerter... ... und, äh, 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 ich glaube allerdings nicht, dass wir über 9.999 Goldstücke kommen können, weil, ähm... ... da passen nur 4 Zahlen hin. Das wäre leicht doof. Das heißt, wir müssen demnächst sowieso schon mal das Zeug einshoppen gehen. Und dann könnten wir theoretisch nochmal den Dungeon versuchen. Ich glaube, dann haben wir zumindest bessere Chancen, da jeder mindestens ein Level abhatte. Teilweise sogar mehr. Unsere Ausrüstung dann teilweise besser ist. Und wir auch Zaubersprüche haben. Was einen signifikanten Unterschied machen sollte. Das heißt, ich farm jetzt noch ein klein wenig Gold und dann geht's weiter.